Hallo und herzlich willkommen zu den heutigen Weekly News. Wir haben heute Grand Theft Auto 5 Origin und ein Smartphone mit gebogenem Display. Hm, schauen wir mal. Ja, Grand Theft Auto 5 ist jetzt für die meisten Konsolenspieler ein großes Thema gewesen oder ist immer noch ein großes Thema. Für die PCler, naja, wir warten halt immer noch drauf. Jetzt wurde von Intel gesagt, GTA 5 wird demnächst bestimmt für PC rauskommen, wahrscheinlich auch schon bald. Und zwar gehen die davon aus, aus dem Grund, weil sie vermuten, dass Microsoft und Sony die Rechte für Grand Theft Auto 5 gekauft haben, damit das Spiel erstmal konsolenexklusiv wird, damit die natürlich Geld verdienen. Und, ähm, jedenfalls hat halt der Chris R. Silver, das ist der Director of Marketing für Intel Premium, ähm, hat folgendes gesagt, zumindest wenn es um Grand Theft Auto geht, denke ich nicht, dass es lange ein konsolenexklusiver Titel bleiben wird. Aber das passiert eben, wenn es zu einem Launch mit zwei Firmen kommt, die eine Menge Geld haben und sich Inhalte sichern wollen. Irgendjemand hat eine Menge Geld bezahlt, damit der Titel exklusiv bleibt. Jedenfalls geht Intel halt davon aus, dass, äh, Grand Theft Auto definitiv für den PC kommen wird, weil das halt ein richtiger finanzieller Verlust sein würde, äh, seiten Rockstar Games, wenn sie das nicht machen würden. Er meinte dazu noch, wenn man sich einen Umsatz anschaut, der auf dem PC generiert wird, das sind mehr als 10 Milliarden jedes Jahr. Also Rockstar wäre ziemlich blöd, wenn sie es nicht machen würden. Und ich glaube, mittlerweile gehen wir eh alle davon aus, dass das früher oder später auf PC kommen wird. Ich persönlich sehe da auch keinen Grund, warum es nicht kommen sollte. Aber das haben wir jetzt schon so oft besprochen, kommen wir mal zum nächsten Thema. Ja, die Spieleplattform Origin, äh, von EA hat jetzt, oder hat schon damals, 20. August, äh, eine, äh, Zufriedenheitsgarantie aufgestellt, aber noch nicht für Deutschland. Und das ging halt so weit, dass man seine Spiele in einem gewissen Rahmen zurückgeben konnte. Ähm, jetzt ist das auch für Deutschland, äh, verfügbar. Es hat Origins jetzt endlich gemacht und, ähm, das funktioniert folgendermaßen. Äh, ich zitiere mal EA. Du kannst digitale Downloads vollständiger EA-Spiele bei PC oder Mac, äh, die du bei Origin gekauft hast, gegen volle Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, und zwar innerhalb von 24 Stunden, nachdem du das Spiel zum ersten Mal gestartet hast, oder innerhalb von 7 Tagen nach dem Kaufdatum, beziehungsweise bei einer Vorbestellung innerhalb von 7 Tagen nach dem Veröffentlichungsdatum des Spiels, je nachdem welcher Zeitpunkt früher liegt. Dies gilt zusätzlich zu deinen normalen Rückgabe- und Erstattungsrechten. Ja, die Funktion kann man da unter Bestellverlauf finden, und, ähm, also in deinem Account kannst du da reingehen, Bestellverlauf, und dann kannst du das zurückgeben, wie gesagt, wurde ja eben erklärt, wie. Und es kann dafür allerdings bis zu 10 Tage dauern, bis sowas erstattet wird, aber es funktioniert. Ich finde das schon mal ganz in Ordnung. Ja, nächstes Thema. In Südkorea hat Samsung ein neues Handy vorgestellt, äh, das Galaxy Round. Äh, das ist ein Handy mit gebogenem Display. Was daran so besonders ist, ist im Endeffekt nur dieses gebogene Display. Ähm, das Handy, wie man hier sieht, ist gebogen. Also, es ist halt etwas runder, ne? Und so ist auch das Display. Ähm, ich weiß nicht wirklich, ehrlich gesagt, was der Vorteil daran ist. Außer, dass man, wenn es auf dem Rücken liegt, kann man es halt so ein bisschen kippen, und dann sieht man die Uhrzeit. Ja, ob es sinnvoll ist, ähm, naja, ein paar technische Daten noch. Ähm, ja, das gebogene Display ist mit einer super AMOLED-Technik und voller HD-Auflösung. Äh, der gebogene Bildschirm ist 5,7 Zoll groß. Das Ding hat einen 2,3 GHz schnellen Quad-Core, ähm, 3 GB RAM. Äh, die rückseitige Kamera hat 13 Megapixel, die Kamera an der Front 2 Megapixel. Als Betriebssystem Android 4.3 und LTE wird zumindest in Südkorea unterstützt. Ähm, man kann es auch noch nirgends anders kaufen als in Südkorea. Da kostet so ungerechnet 740 Euro, ähm, zu plänen. Für andere Länder gibt es noch keine Informationen. Ob das im Endeffekt wirklich notwendig ist, so ein Handy zu haben, weiß man nicht. Äh, naja, muss ich ja dafür selber wissen, wenn es hier mal rauskommen sollte. Und, naja, das war's für die Weekly News. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ja natürlich Kommentare hinterlassen, äh, wenn ihr noch ein paar Sachen habt, die ihr loswerden wollt zu den Themen oder halt auch nicht. Ja, dann danke fürs Zuschauen, haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao!